Ich bin der Alex Enzminger, ich mach kosmo-pfälzisches Lied und gut. Und wenn der Flug auch wenig kostet, Veronika, der Flieger rostet. Wir fliegen mit dem Billigflieger zum nächsten Spiel der Bundesliga. Fliegen muss heute wenig kosten, egal wenn auch die Flieger rosten. Das kleine Berg zum Flugrost kriegt ne neue Dimension. Geiz ist geil und das haben wir jetzt davon. Ja, aber wir machen es weiter, wir kommen zurück nach Europa. In eines meiner Lieblingsländer, Österreich. Salzkammergut, Salzkammergut, Salzkammergut aufs Ei streuen. Salzkammergut, Salzkammergut, Salzkammergut aufs Ei streuen. Das war's. Aber es war's. Vielen Dank.